Ich freue mich auch, dass wir hier bei Zynix sind, zum ersten Mal im neuen Büro, die uns natürlich eingeladen haben, weil es nie im alten Büro geklappt hat. Wir haben auch langjährig schon unsere Getränke nachher sponsert. Also vielen Dank an euch, vor allem an Katja und der Mike macht scheinbar noch viel. Ja, und freue mich, dass der Herr Heberhard Volz sich auch bereit erklärt hat und Zynix das auch unterstützt durch einen Zuschuss, dass er hier ist, den weiten Weg auf sich genommen hat von Berlin. Wie ich habe es vorhin schon gesagt, ist keine Selbstverständlichkeit und wahrscheinlich etwas, was sich für ihn überhaupt nicht lohnt, hier zu sein. Es ist schön für uns hier zu sein, aber es ist nichts, was sich... Es sei denn, ihr habt viele Aufträge dabei und engagiert ihn nachher. Ich glaube, das ist jetzt alles nicht so gut rübergekommen, wie es ist. Aber ich glaube, der Vortrag wird gut. Und wer noch mehr von Eberhard Wolf sehen will, der ist auch herzlich willkommen auf der Java-Land, die Konferenz der deutschen Java-User-Groups oder der Deutschsprachgruppen, wo er auch einen Vortrag hält über MongoDB, Elasticsearch, IAV, dreimal dasselbe. Also ich finde es interessant. Wer da hingehen möchte, ich glaube, ein paar haben sich auch schon angemeldet sogar. Wer da hingehen möchte, kriegt auch einen deutlichsten Rabatt, wenn er Mitglied ist im iJog. Das kostet 10 Euro pro Jahr. Dabei kriegt man auch noch hier so eine Zeitschrift dazu. Habe ich einige draußen hingelegt, gerne mitnehmen. Und wer da vielleicht auch Interesse hat, auch einfach so Mitglied zu werden, an mich wenden. Oder an den Björn, der oder an den Michael, die auch da sind. Und wer noch mehr von Eberhard Wolf haben will, der kann auch bei unserer Verlosung gleich mitmachen. Ich habe nämlich noch ein Buch organisiert von ihm, sein aktuelles, ganz frisch. Da ist wirklich auch mit sehr aktuellen Themen drin, Continuous Delivery. Wer mitmachen möchte, lassen wir einfach Zettel rumgehen und in den Zettel rein, in den Säckchen hier rein. Und ich glaube, du ziehst wahrscheinlich nachher. Ja, vielen Dank an dich, dass du da bist, an euch das Organisieren und viel Spaß in dem Vortrag. Noch eine ganz kurze Frage. Wir möchten nachher noch ein bisschen zusammensetzen beim Bierchen und auch bei Pizza. Und dass ich nicht so viel Pizza bestelle, wollte ich mal fragen, wer denn anschließend da bleibt. Machen wir es andersrum, wer bleibt nicht da. Eins, drei, drei, vier, fünf. Okay, alles klar. Dankeschön. Gut, genau. Das heißt, bevor wir losgehen, muss ich jetzt noch zwei Worte sagen. Also die eine Sache ist, also vielen Dank auch an Simix für das Sponsoring. Das gehört konkret, das ist halt so etwas, dass ich halt hier plus minus 0 rauskomme. Also sprich, ich habe halt die Fahrkosten und das Hotel bekommen, was halt eben sehr schön ist. Und Karlsruhe ist eine schöne Stadt. Ich habe hier eine lange Zeit verbracht in einem Projekt. Dadurch habe ich nur die besten Erinnerungen. Das war wirklich interessant und spannend. Wir haben ja auch schon mal am Wochenende verbracht. Das fand ich halt auch interessant. Also es ist sicherlich eine von den interessanten Städten und wie gesagt, ich habe mir in die Stadt auch schon mal gekommen. Ja, soweit dazu. Ich will das jetzt hin zum Thema Java-Architekturen eine neue Hoffnung erzählen. Und die erste Frage ist natürlich, wenn man jetzt so einen Trog irgendwie hält und halt irgendwie sehr oft gespittert darüber auslässt, was passiert, wenn man das tut. Und das erste, was da passiert ist, das da, Darth Vader, Darth Vader, von oben hier, gleich da rauf. Was mich dennoch zu dem ersten Punkt bringt, das wird jetzt bei mir noch nicht gereicht, das hier, ist ein großer Lego-Cauros-Destroyer. Der kostet ja nur 400 Euro. Sowas würde ich mir irgendwann gerne verkaufen. Naja, ich muss sagen. So, worum es eigentlich geht, ist, wir haben halt typischerweise so Enterprise-Java-Anwendungen. Und viele von den Enterprise-Java-Anwendungen, die ich halt so sehe, die sehen halt so aus. Das ist ein Werkzeug, Structure 101. Das ist ein Werkzeug, was ich halt sehr, sehr gut finde. Da nimmt man halt seine Anwendung, schmeißt sie halt letztendlich rein. Man kriegt halt unter anderem so eine Grafik. Diese Grafik ist halt Manager-kompatibel. Nicht daraus kann man dann schön so eine Ampel machen und kann halt sagen, dein Projekt ist rot oder grün. So, und das Projekt, das wir hier haben, das ist halt irgendwie offensichtlich ganz rot. Das heißt zweierlei. Zum einen ist es halt so, was man auf der Y-Achse sieht, das sind Tangles. Das sind also Sachen, die halt sehr stark miteinander verbogen sind. Insbesondere zyklische Abhängigkeit, wo halt Packages wechselseitig voneinander abhängen. Und das Problem dabei ist, wenn halt zwei Sachen wechselseitig voneinander abhängen, dann kann ich sie nur gemeinsam ändern. Wenn ich halt das eine ändere, bedeutet das, dass das andere, was ja davon abhängt, auch geändert werden muss und dann nachgezogen werden muss und umgekehrt. Das heißt, eigentlich ist das halt in Architektur Todsünde, weil die zwei Sachen mal getrennt werden sollen und dann halt zusammenliegen. Und das haben wir hier halt sehr viel. Und das andere, das wehrt haben, ist FED, also große, hohe Komplexität. Also psychomatische Komplexität in Methoden beispielsweise, also sehr viele Pfade durch die Methoden, sehr viele unterschiedliche If-Verzweigungen, was das halt schwierig macht. Innerhalb der Klassen sehr viele Beziehungen, dass halt Methoden sehr viele Instanzvariate benutzen, sich gegenseitig aufrufen. Und dieses Projekt ist halt irgendwie nicht so toll. Jetzt kann man dann noch weiter treiben. Also das ist halt ein Open-Source-Projekt, was ich so häufig mal benutzt habe, zu zeigen, was man so an Schwierigkeiten haben kann. Und dann sieht man hier halt, dass eigentlich das gesamte Package-System halt sehr groß, komplex und verwurstet ist. Das kann man sich auch grafisch anschauen. Das ist halt der Abhängigkeits-Graf. Der funktioniert so, dass da jetzt die Packages drin sind. Und die Packages halt von oben nach unten sozusagen erlaubte Abhängigkeiten haben. Das heißt, wenn ich oben ein Package habe, dann können halt die Packages da drunter, die werden davon benutzt. Also von oben nach unten Abhängigkeiten sind sozusagen okay. Die kann man auch ausfiltern. Sondern da gibt es halt Abhängigkeiten in die falsche Richtung. Von unten nach oben. Weil wir ja zyptische Abhängigkeiten haben. Hätten wir nur Abhängigkeiten in die Einrichtung, könnten wir das schon gleich hinmalen. Wir hätten keine Abhängigkeiten von unten nach oben. Hier haben wir das, aber das sind diese Striche im Übrigen. So, und es begab sich halt mal, dass ich halt zu so einem Projekt gerufen worden bin. Und die Frage war halt, wie kann ich da ein neues Feature implementieren? Und die Gesichter beim Kunden waren irgendwie ungefähr so. Und die Lösung, die sich halt ausgedacht hatten, war, naja, wir haben halt dieses System. Das ist irgendwie ein doofes System, offensichtlich. Wir wollen jetzt Folgendes machen, und deswegen war ich eben auch da. Wir bauen da halt in dieses E-Commerce-System irgendwie so ein Ding rein, wo wir halt jetzt mit Hilfe von Spring und USGI das rausmodularisieren können. Wir werden sagen, okay, draußen rum ist halt Chaos. Hier haben wir halt so ein isoliertes Ding. Da haben wir den Spring, da haben wir einen sauberen neuen Start mit einem frischen Framework. Da haben wir USGI zur sauberen Modularisierung. Und da implementieren wir halt das neue Zeug. So, und dann haben wir halt die Möglichkeit, mit unseren Entwicklern produktiv umzugehen und dort eben das vernünftig hinzubekommen. Und es stellte sich halt heraus, also Spring ist eigentlich sehr gut geeignet dafür, ist ein schöner Dependency-Container. Der ist sehr flexibel, da können wir das nicht mehr mit machen. Und man kann das halt versuchen hinzubekommen, aber letztendlich hat das nicht wirklich funktioniert, weil die Integrationsaufwände dann doch sehr, sehr hoch waren. Man muss eben dafür sorgen, dass das neue System mit dem alten System reden kann. Und umgekehrt, ich muss Datenbankverbindungen bekommen aus dem alten System. Ich muss mich in die Transaktionen hineinbegeben. Und ich muss das halt alles letztendlich da irgendwie einigermaßen sauber kreieren. So, und das war also offensichtlich nicht die richtige Lösung. Wie gesagt, solche Systeme sieht man halt häufiger, als man eigentlich lieb ist. Und was jetzt dabei rausgekommen ist, oder was letztendlich halt der Ansatz war, den wir dann weiterverfolgt haben, war, wir haben einfach mal die Perspektive, wir haben gesagt, dieses System, das wir da haben, wie sieht das eigentlich aus? Also wenn man sich das halt genauer anguckt, dann ist es so, dass das halt irgendwo läuft auf irgendeinem Server, da unten ist halt irgendwie eine Datenbank und hier oben ist der Kunde, der das System benutzt. Soweit so trivial, und der redet halt irgendwie mit HTTP, mit diesem System. Das heißt, ich kann jetzt einfach dieses System so erstmal auffassen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann sagen, neben dieses System stelle ich ein neues System, wo ich halt den neuen Kram rein implementiere, und ich erlaube halt Zugriff auf die Datenbank. Das ist im Nachhinein nicht so die beste Idee. Ich komme dazu nachher nochmal, weil das eben eine sehr enge Kopplung bedeutet. Das bedeutet eben, dass man sozusagen in den Eingeweiden des anderen Systems, in den internen Datenbeständen herum arbeitet. Und das bedeutet de facto, dass man halt auch auf der Datenbank nicht mehr viel machen kann, aber gut. Und da oben haben wir halt Links. Das heißt, die Idee ist, wir haben ein E-Commerce-System, nehmen wir an, das neue Zeug ist halt irgendwie so einen Einkaufswagen. Dann könnte ich halt sagen, okay, ich baue halt einen Link, der halt auf den neuen Einkaufswagen verweist. Und darüber integriere ich das. Das heißt, ich sage, es gibt keinen Getupenaufruf, sondern es gibt einfach einen Link, den ich halt über HTTP dann die Bearbeitung dieses Links in dem neuen System haue. Und da kann man sich eine ganze Menge an Dingen überlegen, wie man das halt hinbekommt. Da kann man halt davor so ein Ding setzen, was halt sagt, abhängig von der URL werden unterschiedliche Systeme angesprochen und so weiter und so weiter. Und dieser Ansatz ist eigentlich sehr schön, weil es bedeutet halt, dass die Entwickler, die diesen neuen Kram bauen, keine Probleme mehr haben mit dem Legacy-Code. Den können Sie vollständig ignorieren. Sie müssen ihn nicht wirklich verstehen. Sie müssen ein paar Integrationspunkte schaffen, um diese Links zum Beispiel zu erlauben, aber mehr müssen Sie davon nicht machen. Sie können irgendeine Technologie benutzen, also nicht unbedingt, was auch immer in einem alten System ist, sondern Sie können eigentlich alles benutzen. Alles, was eben HTTP oder so etwas kann, was halt die Faktor im Prinzip alles bedeutet. Ich habe eine kleine Code-Basis, also ich habe eben tatsächlich so ein hübsches Greenfield und das ist insgesamt, glaube ich, oder ja, ist eine sehr schöne Lösung für diese ganze Geschichte. Und diese Sache ist länger hier, die ist ungefähr parallel zu der Zeit, die ist ein bisschen danach, als ich halt dieses bestimmte Projekt in Karlsruhe hatte. Und das ist so eigentlich ein Ansatz, von dem man halt im Legacy-System umgehen kann. Ich glaube, auch ein sehr wertvoller Ansatz, weil ich dort eben tatsächlich getrennt vom alten System etwas komplett Neues bauen kann und halt von dem alten System sehr unabhängig bin. Und heutzutage gibt es halt daraus sozusagen eine etwas umfangreichere Sammlung von Ideen und die sagt halt, so etwas würde man heute wahrscheinlich Microservices nennen in gewisser Weise. Was ist das? Das ist ein Komponentenmodell, zumindest nach meiner Definition. Und die Komponenten, über die wir hier sprechen, also Komponentenmodelle, sind ja jetzt nichts Neues. Es gibt halt innerhalb von Java sowas wie Java-Beans oder Enterprise-Java-Beans, die halt für sich n-ansprungigen Komponenten zu sein. Es gibt Spring-Beans, die das halt sind. Ich kann Java-Files als Komponenten auffassen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Frage ist jetzt, was ist jetzt das Elemente von Microservices? Was sind da die Komponenten? Und die Idee bei Microservices ist, dass Komponenten eigentlich separierte Prozesse sind. So wie ich das gerade eben gezeigt habe. Also irgend so ein Ding, was halt zum Beispiel HTTP spricht, das impliziert letztendlich, dass es halt ein eigener Prozess ist. Und nach meinem Empfinden ist eigentlich das zentrale Thema und der zentrale technische Vorteil, dass es individuelle Deployment-Einheiten sind. Das heißt, ich kann ein Microservice unabhängig von den anderen deployen. Das kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt diesen neuen Microservice, den ich da vorhin hatte, mit diesem neuen Zeug, also nehmen wir jetzt an, das ist ein Einkaufswagen. Wenn ich den Deployen will, kann ich das ohne Rücksicht machen auf das große System. Solange ich halt die Interfaces kompatibel lasse. Klar. Aber ich kann das erstmal tun. So, das hat eine ganze Menge an Vorteilen. Ein Vorteil ist, dass ich eben jetzt losgehen kann und sagen kann, wenn ich halt Business Management bin, und das sind typischerweise die, die halt unsere Rechnung bezahlen, wenn ich halt Business Management bin, kann ich halt hingehen und kann halt zu den Leuten, die jetzt den Einkaufswagen bauen, sagen, bauen wir dieses Feature, bauen wir dieses Feature, bauen wir dieses Feature. Und das bauen sie einfach, hoffentlich relativ produktiv in einer neuen Umgebung. Und sie müssen nicht mit niemandem koordinieren. Ich kriege halt einen höheren Durchsatz an Features. Dazu komme ich nochmal. Die andere wichtige Sache ist hier halt, dass wir hier Ui und Logik haben. Also wenn wir uns das nochmal überlegen, dieser neue Kram, so wie ich es dahin gemalt habe, der hat im Wesentlichen eine HTTP-Frontend, diese unglückliche Datenbankverbindung und das war's. Also er hat jetzt nicht irgendwie eine REST- oder Messaging-Schnittstelle. Darüber kann man diskutieren. Wie gesagt, das ist nicht so schlau, die Kommunikation über die Datenbank zu machen. Aber in diesem Fall hat das eben nicht wirklich eine Schnittstelle, wie wir sie klassisch sehen, kennen würden. Dafür wird aber eine Ui bereitgestellt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz. Und die typische Frage ist dann immer, naja, aber Microservices sind ja im Prinzip irgendwie so eine Geschichte wie SOA. Darüber kann man auch noch länger reden, also darüber kann man auch irgendwie was in den eigenen Vortrag halten. Ich glaube, der wesentliche Punkt hier so auf einer Ohnebene ist, wir reden hier über relativ kleine Services. Also ein Ding, was halt nur sozusagen einen Einkaufswagen verwaltet, wäre in einem SOA-System typischerweise kein Service. Ich halte eher größere Dinger. Und ich würde vielleicht sozusagen das gesamte E-Commerce-System als ein Ding betrachten, was vielleicht mehrere Services hat, aber was ich halt immer zusammen deployen würde. Und ich habe eben hier gesagt, dass die Dinger auch mit Ui haben können, was eben auch ein Unterschied ist. Gut. Soweit dazu. Wie kann jetzt sowas aussehen? Also hier ist halt ein Online-Shop, das ist eine relativ einfache PowerPoint-Architektur, die ich mir halt ausgedacht habe. Das heißt, ich habe Bestellprozesse, ich habe sowas wie Billing, Bestellung, ich rede mit Billing, das ist ja eben der Dependency ab, ich habe die Suche, ich habe einen Katalog und ich habe oben halt den Kunden, der letztendlich mit all diesem System interagiert. Das ist so ungefähr das, was eben auch Amazon, glaube ich, seit ungefähr 2006 im Wesentlichen tut. Das heißt, die haben halt so Pizzateams, diese Zeit, also Pizzateams sind Teams, die man von einer amerikanischen Pizza sattbekommt. Ich glaube, das sind vier, fünf oder sechs Leute oder sowas. Und dann habe ich eben dort eine Komposition noch, dass ich eben dazu in der Lage bin, die Leute zwischen den verschiedenen Services hin und her zu schicken und halt auch Sachen zusammenzubauen. Also wenn ich halt auf der Amazon-Homepage lande, bekomme ich eben teilweise Ausgaben von verschiedenen Services. Das ist eben im Wesentlichen die Architektur. So, und was bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt diesen Online-Shop habe? Ein Vorteil für den Microservices-Ansatz ist beispielsweise, dass ich jetzt sagen kann, naja, Suche, das ist halt irgendwie total cool, wenn ich das irgendwie mit einer vernünftigen Suchtechnologie machen kann, also zum Beispiel sowas wie Nestic Search. Billing ist eigentlich etwas, wo ich halt nachts mal so einen Lauf durchlaufen lasse und halt sage, okay, ich versuche halt mal die ganzen Buchungen richtig hinzubekommen und halt irgendwie meinem Finanzmenschen zu sagen, du hast gestern den Umsatz gemacht oder die Finanzstunde auch. Also vielleicht eher so ein Batch-Thema. Und ich benutze halt eine klassische Datenbank, weil ich dort sehr klare, ein-klar-strukturierte Datensätze habe. Also ich hätte ja die Hoffnung, wenn man ein Finanzsystem hat, dass man ungefähr weiß, worüber man da redet und wie es halt aussieht und da reicht es halt in der relationalen Datenbank, wo ich das eben einmal festlege. Und den Katalog baue ich ja mit irgendeiner anderen Technologie. So etwas kann ich dort im Prinzip tun. Ich könnte gerne eine andere Datenbank verwenden. Das ist natürlich eine Sache, die mit Nachteilen behaftet ist. Also ich habe die Freiheit, das zu tun. Ich zahle dann einen Preis. Also wenn ich das hier tue, habe ich drei verschiedene Persistenz-Technologien. Die Last-Search ist letztendlich auch eine Persistenz-Technologie. Das heißt, ich muss zwei unterschiedliche Backup-Konzepte haben. Ich muss dreimal darüber nachdenken, wie ich Disaster-Recovery mache. und das ist, sagen wir mal, eine interessante Herausforderung. Also das ist vielleicht nicht das, was ich machen will. In der Realität ist es dann auch meistens so, dass sich gerade so in der Persistenz-Ebene man sich dort irgendwie auf eine Basis einigt und dann halt sagt, okay, vielleicht benutzt eben der Katalog auch Oracle oder auch Elastic Search, damit man halt die Anzahl der Technologie runterguckt. Gut, die Dienste, die wir hier haben, das sind sehr grobkanulare Sachen. In der Realität sind die dann natürlich auch kleiner und können auch kleiner gehackt werden. Und ein wichtiger Grund, warum ich das machen will, ist eben Continuous Delivery. Das ist etwas, worauf diese Microservices-Architektur genau einzahlt. Vermutlich einer der wichtigeren mit den technischen Gründen so etwas überhaupt zu tun. Gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Also Continuous Delivery bedeutet, ich habe eine Build-Pipeline, das heißt, ich habe eine Commit-Stage. In der Commit-Stage mache ich so etwas, dass ich halt die Jungen-Test mal durchlaufen lasse, Start-Sport-Analyse mache, solche Geschichten tue. Dann habe ich automatisierte Akzeptanz-Tests. Das bedeutet, dass ich halt nachschaue, ob die Geschäftsdinge, so wie ich sie haben will, auch tatsächlich implementiert sind. Also Akzeptanz-Test bedeutet ja, der Kunde akzeptiert im Prinzip die Software, das heißt, ich werde dort Business-Funktionalitäten abtesten. Und wichtig ist, ihr automatisiert. Das heißt, ich werde dort Geschäftsszenarien automatisiert testen und schauen, ob die Software dazu in der Lage ist, die halt zu erfüllen. Idealerweise Sachen, die eben mit dem Kunden abgestimmt sind. Dann mache ich vielleicht noch Kapazitätstests. Also man hat sich schon, ob die Performance noch stimmt, um einen Indikator zu haben, ob ich halt irgendwo mir sozusagen eine Bombe bewegt habe, um zu der Performance. Dann kann ich mal explorativ testen, gerade wenn ich neue Features implementiere, ist es vielleicht spannend, das mal explorativ anzuschauen und zu schauen, ob da halt alles in Ordnung ist. Das kann ich noch nicht automatisieren, weil ich noch nicht so genau weiß, wie dieses Feature aussehen soll. Also diese Storys, die halt implementiert werden in Scrum beispielsweise, die können mit einer Basis sein für explorative Tests. Und ich kann halt auch sagen, das System ist irgendwie nervig, das hat im Moment ein Security-Problem irgendwie. versuchen mal mit explorativen Tests eben auf den Zahn zu führen. Ich kann auch solches einen Eindruck machen. Dann geht es halt in Release. So, und das ist eben meine Pipeline. Und die Idee ist, ich möchte in Continuous Delivery, wie man hier sieht, den größten Teil automatisieren, damit ich das halt wiederholbar habe. Und ich möchte, dass ich da schnell durchkomme. Also die beiden Vorteile von Continuous Delivery sind, dass diese Prozesse wiederholbar sind, dass ich halt genau sagen kann, die Tests funktionieren, die Software ist in Ordnung und dass ich mich nicht damit beschäftigen muss, dass die Software möglicherweise an bestimmten Stellen jetzt ab und zu mal durch den Test kommt oder eben auch nicht. Automatisierung bedeutet Piproduzierbarkeit. Und schneller. Ich komme da jetzt halt schneller zu einem Release und ich kann eben im Idealfall dort mehrere Male pro Tag releasen. Also, ich kenne Projekte, wo eben die Zeit, um tatsächlich ein Stück Code in Produktionsbekommen, deutlich unterhalb einer Stunde leben. Und das ist, glaube ich, deutlich besser, als wenn man jetzt irgendwie einen Release pro Quartal oder pro halben Jahr hat, so wie man das halt in vielen anderen Umgebungen kennt. So, jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich das hin? So, und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten halt dieses System und dieses System wäre jetzt implementiert ohne Microsoft Services. Also, wir könnten zum Beispiel sagen, diese vier Komponenten, das sind ja nicht fachliche Komponenten, die können wir unterschiedlich technisch umsetzen. Ich habe halt erst gesagt, das sind Microservices, jetzt sage ich halt, es sind eben keine Microservices, also es sind zum Beispiel JAR-Files, sich halt zusammengepackt in ein großes WAR-File und halt deploye oder was auch immer ich da tue. So, und jetzt komme ich halt hin und sage, ich will halt den Order-Prozess ändern und baue da halt irgendwie was Neues an. Gut. Die anderen Services sind halt erst mal nicht geändert. Die anderen Komponenten sind erst mal nicht geändert. Das heißt, ich mache nur eine Änderung an Order. So, das heißt, ich nehme jetzt dieses Ding hier, da habe ich die Änderung und ich habe hier meine Pipeline und jetzt stage ich das hier sozusagen schrittweise durch. Eindruckende Power-Konfer-Präsentation. So, wie dem auch sei, das Problem hier ist, dass ich hier eine Bild-Pipeline habe, die komplett durchlaufen wird. Ich habe nur eine Komponente geändert und ich habe da halt eine ganze Menge an unnötiger Arbeit. Die Tests, die ich gemacht habe, haben halt alle Komponenten getestet und so weiter und so weiter. Ja, auch zu Recht, weil es könnte ja sein, dass irgendetwas in den anderen Komponenten jetzt doch zerbricht oder da etwas falsch ist. Und das dauert halt viel zu lange und es ist halt auch einfach schwierig, so eine Pipeline aufzubauen. Denn die muss jetzt eben in dem Fall dazu in der Lage sein, alle Komponenten zu testen. Das heißt, ich müsste alle Drittsysteme irgendwie drin haben, mocken, irgendwas da mitmachen und so weiter und so weiter. Und noch mehr Probleme, auch zum Beispiel, das Release ist halt viel risikoreicher. Ich muss jetzt halt das gesamte System austauschen. Und das ist eigentlich ein Problem. Das heißt also, wenn ich jetzt anfange und ich sage, ich habe halt so ein Deployment-Monolithen, ein Deployment-Monolithen, das bedeutet nicht, dass er nicht intern saubermodularisiert sein kann. Ich habe ja gesagt, er ist intern modularisiert, aber das ist ein Deployment-Monolith. Das heißt, ich kann ihn nur komplett deployen. Und das hat Auswirkungen auf meine Continuous Delivery-Python. So, mit Microservices ist das halt einfacher. Ich sage, ich habe hier halt Order und gehe hier halt durch, durch die Pipeline. Hier ist es wesentlich einfacher, weil ich eben nur diese eine Komponente testen muss. Ich komme dann halt zum Release und ich kann, das Release eben auch wesentlich weniger, ist wesentlich weniger risikoreich. So, schauen wir uns das an. Also, das Release ist eben nur eine einzige Komponente und ich bekomme hier relativ schnelles Feedback. Ich kriege das schnell in Produktion, ich kriege es schnell durch die Pipeline und es ist halt auch ein einfacheres Deployment. Wenn ich nicht missgängig und geschickt anstelle, kann ich eben dieses Ding auch erstmal auf ein paar Servern deployen. Da gibt es so unterschiedliche Variationen, wie ich das ja tun kann. Und dadurch halt das Risiko weiter minimieren, dass ich eben sage, okay, ich schwenke erst vollständig auf die neue Version und wenn ich wirklich sicher bin, dass die neue Version auch vernünftig funktioniert. Und selbst wenn das alles schief geht, ist es halt nur der Order-Prozess ausgefallen. Der Order-Prozess ist natürlich jetzt irgendwie so das essentielle Teil der ganzen Geschichte, aber wenn jetzt zum Beispiel die Recommendation Engine ausfällt, das ist vielleicht noch verschmerzbar. Und der Rollback ist eben auch einfacher oder der Rollforward, also dass ich halt diese eine Komponente jetzt ändere, das ist halt nicht so ein großes Problem. So weit, so gut. Also, Continuous Delivery und Microservices eigentlich in so einem Synergie-Verhältnis. Also ich kann Continuous Delivery vielleicht einfach noch mit Microservices umgekehrt, wenn ich versuche Microservices, wo ich halt sehr viele Dienste habe, manuell zu deployen, das wird interessant sein, wenn halt ich Operations-Leute habe, die haben dann eben den Spaß, das alles manuell zu deployen und zu testen und so, das wird nicht funktionieren. Also ich muss eigentlich Continuous Delivery betreiben für Microservices umgekehrt. Ja, was denn zu der interessanten Frage führt, wie füllt man das Wort ein, aber das ist eben auch nochmal ein anderer Tor. Und jetzt kommt eigentlich nochmal der Hauptpunkt. Also warum interessiert uns jetzt Microservices? Ich glaube, der Grund dafür ist dieses Thema, was ja im Moment sowieso an verschiedenen Stellen diskutiert wird, wie stelle ich eigentlich agile Prozesse? Und in meiner Welt bedeutet das, also in so einer einfachen Management-Welt, in der man halt so leben kann, bedeutet das halt relativ schlicht, ich will halt mit den Entwicklern, die ich dazu versuchten habe, mehr Futures in kürzester Zeit implementieren. Und ich will halt auch dazu in der Lage sein, überhaupt mehr Entwicklern zu beschäftigen und die halt produktiv zu bekommen. So, und das ist eine von den entscheidenden Fragen und die klassischen Ansätze sagen jetzt, naja, wir machen das irgendwie auf Prozesssebene, wir versuchen halt irgendwie dafür zu sorgen, dass die Teams sich ja besser koordinieren können und bei Microservices ist es halt so, dass wir, so wie ich ja schon gesagt habe, eine Architektur haben können, die ja dazu führt, dass wir unabhängige Komponenten haben, an denen man unabhängig schrauben kann und ich kann sozusagen die Architektur nutzen, um halt dafür zu sorgen, dass die Teams unabhängig voneinander arbeiten können und darüber das Skalierbarkeitsproblem lösen. Ein wichtiger Faktor dafür, dass das funktioniert, ist Conway's Law. Conway's Law sagt folgendes, die Architektur eines Software-Systems entspricht den Kommunikationsstrukturen der Organisation. Und das ist üblicherweise etwas, wo man halt sagt, naja, wenn ich jetzt, also nicht, ich habe halt irgendwie Leute vor mir sitzen und ich sage halt, ihr seid besonders gute Datenmarktexperten, ihr seid besonders gute Java-Entwickler und ihr seid besonders gute JavaScript-Pathomel-Entwickler, also teile ich euch da noch auf und ihr seid Frontend, Datenbank, Mittelteam. Fertig. Was werde ich rausbekommen? Drei Schichten. Super, nicht? Das ist hier jetzt erstmal sehr gut. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt sagen würde, okay, eigentlich wollen wir ja so etwas, wie ich vorhin gezeigt habe, ich will einen Order-Prozess haben, ich will eigentlich idealerweise dafür sorgen, dass der Order-Prozess mit UI, Datenbank-Elementen und halt insbesondere Mitteltier, gemeinsam als eins deployed wird und dass das eine Komponente ist, dazu passt das nicht. Dazu passt diese Technische-Aufteilung. Weil dann habe ich eben drei Schichten in der Organisation, ich werde drei Schichten in der Architektur haben, das ist eigentlich doof. Also, was mache ich? Das ist relativ schlicht. Ich sage, eine Komponente ist ein Team und assoziiere halt dort jetzt eben Leute mit diesen Teams und sorge damit dafür, sorge darüber, dass halt diese Architektur sich auch durchsetzt. Auch das ist nicht so wahnsinnig neu. Also, ich habe halt im letzten Jahrzehnt in einem Projekt gearbeitet, das genau so aufgestellt war. Das ist nicht so wahnsinnig viel Neues, aber, wie gesagt, das passt hier halt relativ gut rein, weil ich jetzt eben mit den Microservices dafür sorgen kann, dass die Teams tatsächlich auch unabhängig voneinander sind und eben auch insbesondere, wenn ich das richtig tue, keine Code-Abhängigkeiten miteinander haben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht Release für Release miteinander koordinieren. Auf der Ebene haben Sie keine Abhängigkeiten, wir haben Schnittstellenabhängigkeiten, da kann man mit Rückwärtskompatibilität arbeiten und Sie können auch einen individuellen Technologie-Stack benutzen. Das heißt, wir können eben sagen, wir in der Suche kommen mit dieser komischen Relationale Datenbank nicht raus, das wird nicht funktionieren, wir haben jetzt was anderes. Das bedeutet natürlich irgendwie mehr Kosten auf der anderen Seite, nicht wegen eines Desaster-Recovery-Konzepts und so weiter und so weiter, wie ich schon sagte, aber Sie haben überhaupt erstmal die Freiheit. Es ist nicht so, dass Sie jetzt daran gebunden sind. Wenn Sie sagen, Sie wollen eine andere Library einsetzen, kein großes Ding, das müssen Sie ja nicht wirklich koordinieren. Und diese Freiheit habe ich halt in der klassischen Uniform-Monolithen eben nicht. Und Sie können dann eigentlich voneinander deployen und damit komme ich dazu, dass ich halt tatsächlich den Entwicklungsprozess beschleunigen kann. Das ist meiner Ansicht nach ein wirklich wichtiger Grund dafür, warum ich das machen will. Also wenn ich halt zu einem, zu jemandem komme, der halt mein Projekt bezahlt und ich sage ihm, wir sind dazu in der Lage, schneller Features auszurollen und wir müssen halt das weniger miteinander koordinieren, dann ist das etwas, wofür er bereit ist, mich zu beschäftigen oder halt irgendwie überhaupt so eine Architektur, sich darauf einzulassen, dass mit der Technologiefreiheit beispielsweise wird doch weniger funktionieren. Das ist im Gegenteil etwas, wo er, wenn er halt irgendwie eine Technikmeinung hat, sagen wird, er das kostet. Das hier ist, glaube ich, eher so eine Sache, wo man halt überzeugen kann. Und das ist eben auch wichtig, das bedeutet, also Architektur ist halt immer ein Trade-off, das hier ist der Vorteil, das ist auch der Grund, weswegen ich es halt machen würde und weswegen ich halt auch glaube, dass eine ganze Menge Leute daran interessiert sind. Ein weiterer Grund ist eine nachhaltige Entwicklung. Also wenn wir uns heute Systeme angucken, ich habe es ja am Anfang gezeigt, dann ist es halt meistens so, dass wir halt ein großes, komplexes System haben mit vielen Abhängigkeiten, wo man schwer reinkommt. Und ich habe das Phänomen de facto, dass ich halt immer langsamer werde in der Entwicklung. Die Hoffnung mit Microservices ist, dass man vielleicht eine nachhaltige Geschwindigkeit hinbekommt, weil ich eine viel stärkere Modularisierung habe und weil ich dann eben, also hier ist es viel schwieriger, über Modulgrenzen hinweg plötzlich Ungereimtheiten einzubauen, weil da muss ich halt in die Kommunikation zwischen Microservices eingreifen. Das ist bei weitem nicht so einfach wie in der IDE mal kurz die falsche Klasse benutzen. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, Microservices austauschen ist nicht so schwer. Ein Legal System austauschen, das ist für ein Projekt, in dem es einfach überhaupt gar nicht geht. Das heißt, wenn ich halt ein Microservice ersetze, diese Ersetzbarkeit ist eigentlich wichtig. Das ist halt möglich. Ein Legal System geht mit kürzerweise nicht. So, da wo Licht ist, ist da Schatten. Also Probleme sind zum Beispiel so etwas wie Code in der Verwendbarkeit. Ich habe es gesagt, die Releases sollen nicht aneinander gekoppelt sein. Codeabhängigkeiten sind halt doof, weil da muss ich halt Releases aneinander koppeln. Und im Extremfall bedeutet das, dass ich dann eben ganz viele Microservices auf einmal deployen muss, weil ich halt eine Library oder irgendwas in der neuen Version habe. Das ist doof, das will ich eigentlich nicht. Das ist also eine Herausforderung. Schnittstellen müssen abwärtskompatibel sein. Microservices müssen damit umgehen können, dass sie halt neue Funktionitäten, es muss möglich sein, neue Funktionitäten im Benutzungswerk bringen, ohne dass die benutzenden Microservices davon beeinflusst sind. Also muss ich eine Schnittstelle aufpassen und Abwärtskompatibilität herstellen, sodass sie in einem Microservice deployed werden kann und alle benutzenden Microservices nicht davon beeinflusst sind. Sondern die können dann halt im nächsten Release oder in der nächsten Version erst die neuen Funktionitäten benutzen. ja, Dependencies zwischen vielen Services, also sagen wir mal, wir haben da so 100, das ist halt irgendwie schwierig. Monolithen analysieren mit Structure 101, kein Thema. Irgendwie Sonnensystem analysieren, schwierig. Das ist auch irgendwie noch ein Pudding-Thema. Das kriegt man aber hin, also da kann man mal was machen. Da ist auch genau das Thema mit der globalen Architektur, also diese Aufteilung wird halt dadurch schwierig. Refactoring's werden schwierig und so weiter. So und das ist halt sozusagen so der Architektur-Part des ganzen Talks. Die andere Frage ist ja, wie kriege ich das halt technisch hin? Wir sind hier letztendlich auf einer Java-Veranstaltung und eine von den Fragen, die man sich dann halt irgendwie stellen muss, ist, will ich jetzt wirklich für jeden von diesen Microservices einen Application-Server zum Beispiel installieren? Und das ist halt abhängig von der eigenen Leidensfähigkeit und von dem genutzten Application-Server-Produkt wahrscheinlich individuell Unterschiede. Vielleicht gibt es Leute, die das halt gerne machen möchten, aber eigentlich ist es nicht, will ich das nicht. Also der Overhead, um Application-Server zu installieren, zu deployen, zu konfigurieren, ist halt ein Fall signifikant. Also wenn man sich Skripte anguckt, sowas automatisieren, die sind durchaus komplex. Und da ist eben die Frage, können wir nicht was anderes haben, können wir nicht einfache Java-Anwendungen haben? Denn da kommt halt irgendwie sofort die Antwort, naja, netter Versuch. Java-Anwendungen sind ja gut, aber wie zum Teufel betreibe ich denn dieses Zeug? Also ich brauche doch eigentlich für professionellen Betrieb irgendwie sowas wie einen Application-Server, weil der bringt mir halt Monitoring und all diese ganzen Geschichten. Und das ist eben eine von den Sachen, wo gerade Technologien entstehen, bei denen das eben anders ist. Ein Beispiel dafür ist sowas wie Spring-Gut. Das würde ich jetzt auch gerne kurz zeigen, ich gehe da jetzt nicht so unendlich tief in den Details ein, weil wir, und ich gehe auch vor allem aus einer Operations-Perspektive auf das Thema los, einfach deswegen, weil das ist auch wieder sozusagen ein Talk an sich. Und was ich halt habe ist, ich habe ein Beispiel von einer sehr einfachen Spring-Gut-Anwendung. Ich kann mal kurz in den Front gehen. so, und ich habe hier halt so eine Anwendung, das ist tatsächlich alles, was diese Anwendung jetzt an Code hat. Sie sagt halt hier, sie ist ein REST-Controller, hier sagt sie gut auf, sie reagiert eben auf Slash, und dann gibt es halt immer Hello zurück. Und ich habe hier noch gesagt, Enable Auto-Configuration, das ist eine Spring-Gut-spezifische Annotation. Also das hier ist eine Spring-Annotation, das ist eine Spring-Annotation, das hier ist Spring-Gut-spezifisch, und das hier ist auch Spring-Gut-spezifisch. Da sagt ich halt sozusagen, starte die Anwendung. So, und sonst habe ich hier eigentlich nichts. Also gut, ich habe halt Tests, weil ich halt ein richtiger Entwickler bin. Ich habe hier noch ein Konfigurations-File, das Spring-Gut auswertet. Da steht aber jetzt nichts so Spannendes drin. Da habe ich halt den Server-Port, den ich noch ändern könnte, ich könnte die Datile einfach weglassen. Und dann habe ich hier halt noch Maven-Prom. Also meine Anwendung besteht eigentlich aus diesem Java-File, diesem Maven-Prom. Und so Maven-Prom, da hat man halt normalerweise Ehrfurcht vor. Das ist ja auch noch so böses XML, also Raider wird jetzt auch unterstützt, aber wenn man sich das halt anguckt, da steht nicht so viel drin. Da steht drin, ich erbe von diesem Parent-Prom, wo ich eine Spring-Anwendung bin, benutze halt diese Dependencies, die ziehen dann alles nach. Also die ziehen halt das Spring-Framework nach und so weiter und so weiter. Und ich habe hier noch ein Maven-Plugin. Ich kann halt mit Maven direkt so ein Ding starten. Und hier habe ich halt noch ein Dependency auf das Test-Artifat. Und jetzt kann ich halt die Anwendung nehmen, kann ich einfach einen rechten Mausklick drauf machen und kann sie halt laufen lassen, dass man hier den Eintrag finden lässt. Kann ich halt einfach als Java-Anwendung laufen lassen. Was jetzt passiert ist, dass meine Konsole nicht aufgeht. Genau, da gibt es ja auch. Und dann bekomme ich hier halt die Ausgabe von dem Spring-Goot. Aus irgendwelchen Gründen ist er jetzt noch dabei und baut den Workspace. Das finde ich halt ein wenig, das ist schon, oder sonst rum. Und dann kriege ich hier halt den Tomcat, der Tomcat startet. Da ist halt der Tomcat noch im Hintergrund, eben ein Embattet-Tomcat und der läuft halt eine Anwendung. So, und die müsste ich jetzt auch angucken können. Das heißt, wenn ich hier jetzt Logo-Logos 8080 sage, kriege ich das erwartete Ergebnis. So, und warum ich das ja eigentlich zeigen wollte, ist wegen dieser Operations-Geschichte. Und die erste Frage ist ja, wenn ich jetzt so eine Anwendung habe, wie bekomme ich denn diese Anwendung überhaupt vernünftig deployed. Und das ist relativ einfach. Ich kann halt sagen, ich mache halt Make-and-Package. Diese brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr und inzwischen brauche ich auch diesen Prozess dann nicht mehr, sonst brauche ich jetzt mal runter. Und jetzt läuft halt mein Packaging-Prozess los, der macht halt auch die Test im Hintergrund und das Ergebnis ist ein JAR-File. Dieses JAR-File kann ich jetzt nehmen und kann es halt irgendwie auf dem Server deployen. Das ist alles, was ich benötige. Das ist für Deployment natürlich ein erheblicher Vorteil, weil das bedeutet, kein Tomcat, keine Tomcat-Installation, keine Tomcat-Installation zufrieden und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt für einen bestimmten Server eine bestimmte Einstellung haben will, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mein Server benötigt einen anderen Port, das bekomme ich hin, weil ich habe dieses Application-Properties, das wird auf verschiedenen Stellen gesucht, da kann ich jetzt sagen, der Port ist halt auf diesem Server ein anderer, muss nur das Application-Properties auf dem Rechner haben. Ist im Vergleich dazu, dass ich ein Tomcat installieren will, eine deutliche Erleichterung. So, das habe ich erzählt, genau. und jetzt können wir, also das bedeutet, ich müsste jetzt dazu in der Lage sein, zu sagen, ich starte mal die Anwendung, also Java-Jar, dann läuft das Ding halt hier hoch, das dauert jetzt eine Sekunde, das ist ein bisschen halt aufwendiger, ich habe wieder meinen Tomcat und diverses anderes Zeug und eigentlich warte ich jetzt auf eine bestimmte Log-Ausgabe, wie das halt häufig so ist, genau, da ist nämlich mein Passwort und also man sieht ja auch, ich habe jetzt hier in diesem Fall halt einen anderen Port hier geholt und jetzt müsste ich halt hier mir mal kurz das Passwort rausholen und jetzt kann ich halt Folgendes machen, ich kann jetzt sagen, ich SSH mich in meiner Anwendung, also die Frage ist ja, wie kann ich diese Anwendung jetzt irgendwie administrieren und die Antwort ist, ich benutze SSH eine mögliche Anwendung. Was kann ich denn hier tun? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Es dauert halt eine Sekunde und jetzt kann ich halt zum Beispiel sagen, ich möchte Thread Top haben. dann bekomme ich halt so wie wir das beim Unix Top oder Linux Top gewöhnt sind, halt die Threads aufgelistet als eben Threads und ich kann mir darüber das Ding halt angucken, ich kann noch andere Sachen machen, also was ich zum Beispiel machen kann ist, ich kann sagen, ich möchte halt dann das Dashboard haben und das Dashboard zeigt mir halt neben den Threads dann noch solche Sachen an, wie unten rechts den HIF-Speicher was für eine JPM ich halt habe und so weiter. Das ist also etwas, was ich jetzt tun kann, das ist halt also in Administratoren, die sich halt auf dem Server SSR haben, das ist so ganz was halt mit der Webinar üblich ist. Ich kann noch mehr machen, also es gibt zum Beispiel eine Metrics-Intellation, das ist so eine Library, die ich häufig benutzen kann um eben Metriken in meiner Anwendung zu bekommen und da kriege ich jetzt eben auch ein paar vorbereitete Metriken, also zum Beispiel über den Speicher da kann ich jetzt auch eigene Vitrinen noch hinzufügen. Ich gebe hier halt auch die Ansage, dass da keine ATTW-Sessions in der Anwendung gerade sind, weil die sind nicht genutzt. Geladene Klassen all solche Geschichten das ist auch noch ganz nett und was ich außerdem noch machen kann ist, ich kann Spring JPA benutzen so, das heißt ich sage Spring JPA Open und dann kann ich jetzt sagen Spring JPA Entities bekomme ich ja die Aussage, dass es halt irgendwie Customer gibt, da kann ich jetzt noch Queries absetzen und halt solche Dinge tun. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich jetzt so ein Microservice administrieren kann, ohne dass ich einen Datenbank, ohne dass ich einen Application Server benutze. es gibt weitere Möglichkeiten. Was ich hier nämlich vorbereitet habe bei dieser Anwendung ist und hier kriege ich jetzt noch mehr Informationen raus halt über die HTML-Oberfläche. Das ist eine HTML-Seite, die ich selber zusammengerastet habe, damit ich halt genau hier jetzt nicht irgendwie die Konflikte von URLs merken muss. Wir können jetzt mal eine von diesen URLs anklicken, also zum Beispiel könnte ich jetzt sowas machen wie Metrics, die hatten wir vorhin schon gesehen und dann kriege ich hier halt genau diese Information raus als einen JSON-File. Und diese JSON-Files kann ich mir jetzt zusammensammeln, kann hier halt im Monitoring-Werkzeug tun, ich kann auch irgendwie das mit Graphite verheiraten zum Beispiel und ich kann darüber hinaus auch beliebige JMX-Beans damit auslesen. Also ich habe das hier mal beispielhaft gemacht mit dem Memory-JMX-Bean, dahinter steckt Yolokia, Yolokia ist eine Schnittstelle, die es mir halt erlaubt, JMX genau so auszulesen, eigentlich für Java e-Server und da kriege ich jetzt eben die Ergebnisse von meinem Memory-JMX-Bean. JMX ist ja genauso etwas, was halt gedacht ist, um Java-Anbindung zu monitoren. Da habe ich jetzt genauso eine Schnittstelle, da habe ich über HTTP-JSON-Möglichkeit aufzugreifen, das kann ich jetzt zusammen konsolidieren und damit bin ich halt im Wesentlichen eben glücklich. Und so weiter, also die kriege ich ja noch mehr raus. Ich kann zum Beispiel Informationen hinterlassen, also das sind Sachen, die halt in meiner Anwendung definiert sind, da könnte ich jetzt sagen, mit welchem Service gehe ich überhaupt da und kann das eben dort auslesen und das war es eigentlich, alles ist, was ich zeigen dort an der Stelle. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist, aber das sind so die Wesen gezeigt. Das heißt also, dass wir hiermit haben, und ich glaube, ich stoppe mal kurz den Prozess hier. Was wir hier also haben, ist die Möglichkeit, unsere Anwendung zu deployen ohne eine Application zu verändern. Wir haben nur ein Java-File, das macht wieder das Deployment einfacher. Das wollen wir, wir wollen continuous delivery. Wir haben halt die Möglichkeiten, da reinzugucken, Monitoring zu betreiben. Ich habe jetzt nicht gezeigt, wie das genau in die Anwendung kommt. Ich habe da ein paar zusätzliche Abhängigkeiten im Maven. Ich hatte ja in der ersten Anwendung eine Abhängigkeit, hier sind es halt noch ein paar mehr, die genau diese Features eben ermöglichen. Also warum will ich das? Ich habe dort einfach das Deployment, also zum Beispiel nur ein Java-File. Ich habe Operations-Support, kann damit halt loslegen. Spring Boot ist jetzt mehr oder weniger zufällig die Technologie, die ich da halt ausgewählt habe, weil das eben hier ist, mit der ich mich auskenne. Es gibt andere Technologien, die ähnliche Dinge tun. Also beispielsweise Job Wizard. Job Wizard ist genau dafür gedacht. Das ist halt so ein Ding, wo halt die Idee ist, ich mache es besonders einfach, vor allem JSON-HTTP-Rest-Webservices zu bauen. Das kann ich eben damit machen. Und da kommt auch so ein großes Java-File raus, das unterstützt Jacks-Rest. Damit kann ich halt arbeiten. Vertex hat ähnliche Möglichkeiten, auch so ein Fab-Jar-Deployment. Das Play-Framework hat ähnliche Möglichkeiten. Im Java-E-Space sieht es im Moment da leider etwas dunkel aus. Also eigentlich wäre es machbar, so etwas auch mit Java-E zu machen. Man müsste halt sozusagen nur in das Java-File den Konkret-Application-Server einbauen. Das könnte ich im Prinzip tun. Die konkrete technische Lösungen sind meines Wissens zumindest, sagen wir mal, in der Vorbereitung hat. Gut. Soweit also dazu. Jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt gesehen, das Ganze ist halt ein eigentlich ein Komponentensystem. Ich habe die ganze Zeit darauf umgereihten, dass da halt Prozesse sind, dass sie miteinander reden können, dass das die Art und Weise ist, wie ich meine Software jetzt aufteile. Und die reden miteinander eben zum Beispiel über Links, wie ich das am Anfang gezeigt hatte, über Datenbankreplikation, damit sie nicht gemeinsam auf eine Datenbank zugreifen. Das ist zum Beispiel auch eigentlich etwas, was wir jetzt schon kennen. Data Warehouses machen genau so etwas. Die sagen halt, ich repliziere die Daten, um halt auf diese Daten zuzugreifen, um sie halt zu analysieren. Warum machen die das so? Weil sie auf der Bewegungsdatenbank die Daten nicht in der Form haben, wie sie sie gerne hätten, und zum anderen auch als Performance-Gründer. Ich will nicht, dass mein E-Commerce-Shop dann langsamer wird, wenn dann irgendjemand dahin versucht, seine Geschäftsstrange auszuführen. Das ist also eigentlich ein etabliertes Verfahren. Ja, und dann eben sozusagen die offensichtlichen Kandidaten mit Absicht am Ende stehen, also das CRS oder Messaging, damit Microservices untereinander reden können. Gut, warum will ich das tun? Ich habe schon mal einen Grund genannt, wegen der Integration von den Legacy-Systemen beispielsweise, und ich bin eigentlich immer noch bei diesem Deploy-and-Operate-Thema. Da bin ich, glaube ich, noch nicht zufriedenstellend, dass ich das zufriedenstellend gelöst hätte, denn wir haben ein Komponentenmodell, und typische Komponentenmodelle, also Java-Files oder was auch immer wir in der Java-Welt haben, sind Komponentenmodelle für Java, triplale Weisheit. Die können wir hier nicht brauchen. Ich will Technologie feiert haben. Ich brauche ein anderes Komponentenmodell. Ich brauche irgendwas mit eigenen Prozessen, mit der Möglichkeit, Infrastruktur dazu zu tun. Das funktioniert mit JAWS, VARs und EAS irgendwie so gar nicht. Wir sind ja noch nicht mal so, dass ich halt sagen kann, dieses Ball-File funktioniert nur auf diesem Application-Server. Geschweige denn, dass ich halt sagen könnte, diese Anwendung benötigt folgende Datenbank oder was auch immer. Ich kann natürlich sagen, dass die halt im Application-Server vielleicht freundlich sein sollen, aber ich kann nicht sagen, diese Datenbank muss irgendwo installiert sein. Virtuelle Maschinen können wir dort als Komponenten benutzen. Ich könnte halt sagen, das Ergebnis meines Bildprozesses ist eine virtuelle Maschine, die putze da irgendwie aus und die deploy ich. Das ist im Prinzip gar keine so schlechte Idee, weil das bedeutet halt auch, dass wir eine viel bessere Übereinstimmung zwischen Produktion und Testsystem haben. Dieses berühmte Works on My Machine ist dann halt obsolet. Das ist eine virtuelle Maschine. Ergebnis von Works on My Machine ist üblicherweise okay, jetzt hier ein Backup von deinem Laptop, wir gehen jetzt mit deinem Laptop in Produktion. So, diese Systeme haben halt ein Problem, nicht? Die haben halt das Problem mit dem Overhead. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich für jede Komponente und das ist bei Microsoft, das ist viel, also ich hätte vorhin irgendwie sowas gesagt wie 100 oder so, das ist völlig unrealistisch, dann habe ich halt 100 VMs, da ist wieder der Operations-Bereich, der mir halt irgendwie freutestrahlt und sagt, super, endlich habe ich was zu tun. Und das ist irgendwie nicht so richtig die Lösung. Und da ist eben die nächste Technologie, die ich glaube, die halt da sehr spannend ist und von der ich halt auch glaube, dass sie halt in diesem Microsoft-Service-Bereich sehr relevant ist, weil sie genau dieses Problem löst, dieser Betriebsverhält. Das ist einer der signifikanten Nachteile von diesem Ansatz und das ist eben Docker. Docker benutzt keine echte Virtualisierung, sondern Linux-Container. Das bedeutet, dass die Container eben sich ein Kernel teilen. Ich habe unten ein Kernel, darauf habe ich ganz viele Container, die sehen wenig voneinander, aber eben zum Beispiel ein Kernel. Das heißt, sie sind sozusagen fast wirtende Maschinen, aber sie haben zum Beispiel separate File-Systeme, was gar nicht so schwer ist. Also, dass ich halt irgendwie ein System, dass ich da mehrere File-Systeme drin habe, die halt gleichzeitig gemountet sind und die halt unterschiedlichen Deutenzweige, das kriegt man sehr schnell und einfach hin. Auch das ist eigentlich nichts Neues, also diese ganzen Geschichten, es gibt halt Solaris, Zunes, BSD, Jails und so, das ist ja schon seit Ionen. Das Neue, also auf Mainframes habe ich mir sagen lassen, gibt es halt auch solche ähnlichen Sachen, wie dem auch sei. das Interessante ist, dass es jetzt eben einfacher zu benutzen ist und es kombiniert mit anderen Ansätzen. Ein wesentlicher, weiterer Aspekt, also hiermit bekommen wir jetzt erstmal hin, dass das Hochfahren einer virtuellen Maschine nicht mehr so schwierig ist. Ich habe halt ein Kernel, ich mache da ein bisschen Magie, ein neuer Container geht auf, ich setze einen Prozess rein, der Overhead von diesem Prozess ist fast genauso, oder von dieser Container ist fast genauso, wie wenn ich einfach nur den Prozess starte. Der Overhead ist fast vernachlässigt. Trotzdem habe ich ein Problem, also eine virtuellen Maschine bedeutet, ich habe ein großes Image da liegen und diese großen Images halt durch die Gegend zu schaufeln, ist ja nicht so toll, gerade wenn ich die Promo-Prozesse habe, also was mache ich, versuche mal was an dem File-System zu ändern und was dort Docker macht, ist, dass sie halt sagen, wir haben Basis-Images, die ich nur lesen kann und dann habe ich Bind-Images darauf, auf die ich schreiben kann, also eigentlich nur eins und das kann gesteckt werden. Das heißt, ich kann jetzt folgendes sagen, ich nehme halt ein leeres Image sozusagen, installiere Ubuntu drauf und verwandle das in ein nur-lesen-Image. Das Ding wiegt jetzt 500 Megabyte oder sowas. So, dann installiere ich da drauf in Java und diese Schicht ist jetzt nur die Java-Installation, 20 oder 30 Megabyte oder sowas. Das heißt also, wenn ich jetzt 50 Docker-Container habe, die halt alle Ubuntu benutzen, habe ich halt nur einmal dieses Image dort und alle diese Virtual-Container benutzen dasselbe Image. Und nur dieses Delta, dieses Java-Zeug, das ist jetzt mein individueller Overhead, der vielleicht auch geteilt wird, dann habe ich halt die Anwendung da drüber und dann eben ein Write-File-System, wo ich dann eben die aktuellen Bewegungsraten bezahlen und teile. So, und das ist eine sehr schöne Optimierung. Und Docker, ja, ist im Moment eine Linux-Fahnsteuer von Microsoft, hat sich auch dazu committed, dass er in Windows reinzubauen für den Windows-Container, das glaube ich schon mal ganz spannend ist. Ich habe mit meinem Mac dann halt ein Problem, das heißt, ich lasse es halt in der VM laufen. es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe es jetzt mit background gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man zu Docker selber geht, da sich Docker runterzuladen und das sieht dann so aus, als würde Docker auf der lokalen Maschine laufen, aber in Wirklichkeit ist die VM dahinter. Also es ist nicht unbedingt notwendig, background zu benutzen. background ist noch relativ, ja finde ich, ist halt ganz nett, weil man damit die kompletten Umgebungen halt reproduzierbar bekommt und solche Sachen anwarten. Und das will ich halt mal kurz zeigen. Und zwar will ich folgendes zeigen. Das Beispiel, was ich jetzt zeigen werde, ist, ich habe eine background VM, die habe ich vorbereitet. Das ist halt ein Linux, was auf einer Virtual Box läuft. Also background ist nur eine Fernsteuerung, das heißt, dahinter steckt jetzt Virtual Box als sozusagen Hardware-Virtualisierung, wenn man das so sagen will. Und background steuert das nur. Das heißt, Vakon hat dort netterweise für mich in dieser Web-VM, das ist im Linux-VM, Docker installiert. Da drin habe ich einen Docker-Container vorbereitet, den muss ich dann auch starten. Da drin habe ich eine NoSQL-Datenbank namens Redis. Und dann kommt noch ein bisschen Portmap-Link-Zauber. Das heißt, der Docker-Container, da läuft Redis unter diesen Port. Das wird gemappt auf demselben Port in der Vakon-VM und auch auf meinem MacBook Air. Das heißt, von dem MacBook Air ist es der Port, in der Vakon-VM ist es halt derselbe Port, auch in dem Docker-Container ist es derselbe Port. Das wird sozusagen hier einmal durchgeschnitten. Das ist so die Idee. So, und das können wir uns jetzt mal anschauen. wie gesagt, das habe ich vorgekauft. Das heißt, ich habe halt irgendwann gestern hier im Wesentlichen gesagt, dass ich halt das wollte ich nicht zeigen, also da habe ich halt gesagt, ich starte BigBrand, sondern ist halt irgendwie losgekaufen und hat gesagt, okay, ich nehme hier hier Ubuntu, ich boote die Maschine, dann installiert er Docker und dann hat er mir hier halt verschiedene Sachen zusammengekommt. also der hat mir als erstes der hat mir halt als erstes hier ein Redis zusammengebaut und ja genau, ein Redis zusammengebaut und das ist genau das, was er hier jetzt tut. Das heißt, so ist er ein Basis-Image von einer wohlbekannten Vokation und dann installiert er sich halt hier den Redis-Server, macht noch ein paar andere Sachen und ist dann fertig. Die Basis für diese Installation ist genau dieses File. Moment, so, kann ich noch ein bisschen größer machen. Das heißt, da schlägt ihm genau das drin, was er jetzt auch getan hat. Der sagt halt, hol dir ein Basis Ubuntu, installiere ein Redis-Server, führe den Redis-Server aus und exponiere den Port 6379. Das ist der Port in dem Docker-Hink selber. Und jetzt kann ich halt losgehen und kann mal in meine VM reingehen. So, ich kann halt mal schauen. ich bin jetzt genau in dieser VM, deswegen steht auch Vaprint, ob da gerade irgendwelche Images laufen, das ist halt nicht der Fall. Ich kann mir mal die Images anzeigen lassen, das ist halt in meinem Fall Redis plus eben ein Ubuntu. und jetzt könnte ich halt eigentlich einfach mein Redis starten, das heißt, ich sage folgendes, lass halt Redis laufen, mappe den Port von dem Container auf den Port von meiner VM und zwar sollst du Redis laufen. Und dann läuft hier eben Redis los und jetzt kann ich mit dem Redis-Server gleich Kontakt aufnehmen, das heißt, ich kann sagen Ternet Local Host und dann habe ich schon noch das 6379 so, dann rede ich halt mit dem, das heißt, ich sage jetzt Set Wolf Hallo kann jetzt sagen Get Wolf das ist ein Key-Value-Store, das heißt, mit dem ersten habe ich halt gesagt unter dem Schlüssel Wolf lege bitte den Get Hallo an und genau dasselbe gegen uns hat er mir jetzt schon gegeben. Relativ unspektakulär. Der wichtige Punkt ist hier, dass Dockerfile sind was sind es 5-Zahlen-Code oder sowas, also irgendwas total lächerliches. Also für eine automatisierte Installation ist das halt erstmal ganz nett und das andere ist Quirer ja das andere was ich eigentlich zeigen wollte ist folgendes wenn ich jetzt in diese VM gehe und ich starte jetzt mal 50 von diesen Redis-Containern dazu habe ich mir so ein Skript geschrieben damit ich das nicht alles irgendwie eingeben muss das heißt ich kopiere das mal raus und starte jetzt 50 von diesen Redis-Containern und das ist die Geschwindigkeit mit der das geht. Ich muss jetzt dazu sagen was ich hier habe ist ein MacBook Air von das ist zwei Jahre alt das hat irgendwie 8Gramm das ist noch eine Virtualisierung dahinter also Virtualbox was eben auch nicht so wahnsinnig schnell ist und diese Virtualbox selber hat wenn man dem glauben kann 384 Megabyte Gramm und auf der habe ich jetzt 50 Container gestartet und das zeigt eben relativ eindeutig wie leistungsfähig diese Lösung ist man muss jetzt dazu sagen Redis bietet sich da auch an weil Redis halt sehr sehr klein ist es benutzt einfach sehr wenig Speicher und das ist der Grund warum ich es genau für diese Demo ausgewählt habe was ich zeigen will ist der Overhead im Vergleich dazu dass ich Redis gestartet hätte ohne Docker-Container der ist tatsächlich vernachlässigbar also das ist eben tatsächlich sehr sehr schnell obwohl ich dann Virtualisierung dazwischen habe obwohl ich hier ein sehr schwach rüstiges Gerät habe und so weiter so also das wäre eigentlich ein schönes Komponentenmodell für solche für Microservices ich schmeiße mal kurz meine Demo weg das mache ich nicht so und was ich jetzt damit eigentlich genau also Docker hat eben auch noch ist tatsächlich auch guter fit glaube ich für genau dieses Komponentenmodell bei Docker-Containern eben auch miteinander reden können über Ports zum Beispiel also über TCP-IP-Ports über Datenvolumen und darüber kann ich jetzt eben sagen okay mein System kann eben über solche Sachen miteinander reden also ich kann jetzt eben sagen okay da ist ein TCP-IP-Port mit dem Redis und das Redis gibt eben diesen TCP-IP-Port dann jemand anders weiter und da steckt eben ein System drin was mit dem Redis redet als Persistenz-Store und darüber kann ich eben solche Beziehungen aufbauen also das Docker eigentlich tatsächlich sowas wie ein Komponentensystem und ein Beispiel was ich da mitbekommen gebracht habe ist ein System zum Analysieren von LogData das ist der berühmte L-Stack also für Elasticsearch für die Speicherung LogStack das L für die Sparsen und Kibana als Oberfläche und damit kann ich eben solche LogFalls analysieren normalerweise müsste ich jetzt irgendwie drei Server installieren und das irgendwie auf die Reihe bekommen also die Maschinen die müsst ihr halt alle installieren müsst ihr halt diese ganzen Sachen machen und er würde das halt sinnvollerweise auch noch automatisieren und wenn ich das jetzt versuche mit Docker auf eine mindestens naive Art und Weise dann bekomme ich halt folgendes Ergebnis dieser L-Stack wenn ich den Dockerisiere dann habe ich halt ein Wackeln-File das ist das Ding wo ich halt sage diese wie ein Docker installieren und halt diese verschiedenen Docker-Images halt zusammenbauen und starten das sind 25 Zeilen-Code ich habe sechs Docker-Files mit 28 Zeilen-Code dann habe ich eine HTML-Seite das ist nämlich die HTML-Seite die man sieht wenn man halt den Web-Server aufmacht also auf die Homepage geht da steht irgendwie drin klickt hier um Kibana zu starten ich habe eine Konfigurationsdatei in Logstash mit 29 Zeilen das sind insgesamt 93 Zeilen und 9 Dateien das sind noch nicht nur 100 Zeilen die ich da halt habe und eine Recute-Expression die ich halt benutze um die Logfiles auseinander zu pausen das war mit Abstand das Schwierigste bei der ganzen Geschichte jedenfalls für mich und ich weiß noch nicht ob ich sie noch verstehe aber das ist halt alles das heißt ich habe irgendwie was habe ich gesagt 903 ich habe 902 einen Code fertig und ich installiere damit jetzt irgendwie ich gucke auf der nächsten Folie also eine Vielzahl von Servern können wir uns nochmal angucken also was ich dort mache ist dass ich halt sage ich habe die Vagrant VM da drin habe ich einen Container mit der Anwendung selber irgendwie man muss ja die Logfiles erzeugen da wird der Port exportiert der lokale Port 8080 wird auf dem Port 8081 der Regeln wir gemerkt und das auf dem Port 8081 von meinem MacBook Air ich habe den Container Logstash der passt die Logfiles die bekommt ihr halt über ein gemeinsames Datenvolumen das könnte man auch geschickter machen also es gibt so Möglichkeiten Logdateien einfach zu oder Loginformationen einfach über das Netzwerk zu schicken das wäre der deutlich elegantere Weg dann habe ich den Elasticsearch Container der halt einen Port hat der nach draußen exportiert wird ich könnte also von meinem MacBook Air aus auf das Elasticsearch zugreifen über den Port 9200 und der Port wird auch über einen Link diesem Logstash Container zur Verfügung gestellt das ist genau dieses Komponentenmodell und das coole ist in dem Logstash Container wird automatisch der Elasticsearch Container unter dem Namen Elasticsearch eingebunden das heißt wenn ich in dem Logstash Container sage in einem Konfigurationsfall rede bitte mit dem Server langs Elasticsearch kommt eben der Docker Container rechts daneben raus und dann habe ich noch meinen Kibana das ist nur ein Web-Server der nach draußen exportiert wird und hier unten ist dann eben ein Browser der sich halt aus dem Kibana Container HTML-Seiten und JavaScript Seiten rausholt und dann über den Port 9200 redet das JavaScript mit diesem Elasticsearch Container und das können wir uns kurz angucken das sei nicht so unendlich spektakulär das heißt also ich habe hier genau dieses Kibana schon kann jetzt hierüber die Logfiles analysieren das heißt ich habe hier einfach Sample Dashboard und kann denn hier sehen was ich für Dateitypen habe habe ich aber irgendwie nur Logs und kann hier mir die Dinge auch angucken das heißt ich sehe hier die letzten paar Log-Einträge ich kann das jetzt auch filtern also ich habe zum Beispiel hier so eine E-Mail-Adresse habe ich hier exakt einen Wert kann jetzt einfach die Log-Einträge rausholen wo diese E-Mail-Adresse tatsächlich vorkommt das sind derer nur vier dann sehe ich halt was hier passiert ist wann da was passiert ist wann die sich registriert haben und so weiter das Ganze basiert eben auf der Anwendung die läuft auf einem anderen Port nicht eben da und das ist halt eine relativ stumpfe Kundenregistrierungsanwendung wo man wo sich Kunden registrieren können das ist ein Beispiel aus meinem Buch das gibt es auch in GitHub die URL kommt halt nachher noch das kann man sich also irgendwie anschauen und daran halt auch irgendwie rumspielen es gibt auch eine etwas advancedere Version wo ich halt dann noch Redis eingebaut habe als Puffer für die Log-Nachrichten aber das zeigt eben wie ich mit relativ wenig Automatisierung da was erreichen kann und auch wie das Modell funktioniert gut das war also die Demo des Extracts damit sind wir eigentlich auch so ein bisschen am Ende ich will nochmal kurz auf die Links eingehen das ist genau der Link wo man halt wie gesagt Beispiel zu meinem Buch das ist der Link wo man zum Beispiel genau dieses mit der Log-File-Analyse sich angucken kann mit den ganzen Docker-Files meine Erwartungshaltung wäre dass das halt wenn man Vaporin und Virtualbox installiert hat einfach funktioniert außer man hat eine Windows-Richtung und man hat im BIOS nicht aktiviert dass man halt irgendwie den Virtualisierungs-Unterstützung kann und hilft für den nächsten wie muss man sagen so dann gibt es halt genau ich habe mit dem Stefan Tilkoff darüber auch gesprochen genau an der Stelle über das Thema demoralisierte große Systeme das ist so der Architektur-Podcast wo wir darüber gesprochen haben Spring Boot findet sich halt hier es gibt das docker.com insbesondere meine Empfehlung das hier das ist halt irgendwie Docker mal selber ausprobieren das ist ein Tutorial läuft im Browser also die URL aufmachen durcharbeiten dauert irgendwie 15 oder 20 Minuten ist echt wertvoll also die sind neben der Zeit die ich mal gebt vermaut habe um das Emacs-Tutorial durchzuarbeiten sicherlich die beste investierte Zeit die ich halt hatte war auch ein Thema im Java-Magazin vor einigen Ausgaben damit will ich eigentlich das beenden und nochmal zusammenfassen mit Microservices haben wir eigentlich eine neue Hoffnung wie wir mit Java-Moduliten umgehen und diesmal tatsächlich das Problem endgültig lösen weil wir es halt klein hacken und halt auch so klein hacken dass es nicht möglich ist einfach die Grenze zu überschreiten das ist auch super für LegalSeed weil ich eben dort Systeme daneben stellen kann und das dadurch ergänzen kann Spring Boot ist glaube ich für die Implementierung eine der Technologien die ich da benutzen kann wie gesagt mein Punkt ist hier nicht unbedingt zu sagen Spring Boot ist irgendwie die Technologie der Wahl es geht für mich darum dass wir realisieren müssen unabhängig davon welche API man benutzt und man ja Spring benutzt oder etwas anderes das wäre eigentlich ein anderer Ansatz benötigt um halt die Sachen zu betreiben und halt im Betrieb zu halten und zu deployen und das eben insbesondere das Primord und das Betriebsmodell von Applications im hohen Maße diskutabel ist und Docker ist eben eine interessante Möglichkeit damit umzugehen wer das Buch nicht gewinnt mit dort die cd binde stich Buch danke für die Frage Du hast eine echt eher unendliche Frage hast du Erfahrungen damit wie das in Unternehmen gehandhabt wird wenn man sich anguckt dass unterschiedliche Aspekte von einem Produkt entwickeln also nehmen wir das Beispiel Suche Produktkatalog bedeutet das ja auch ob das wahrscheinlich Fachbereiche oder die Leute die das Wissen darüber an mehr Teams antragen müssen was ja wahrscheinlich da eher ein bisschen Nachteil ist also wenn man sich vorstellt dass ein neuer Produkttyp oder sowas eingeführt wird werden Auswirkungen auf alle Teilteams hat das ja da wahrscheinlich ihren Nachteil also die Frage ist halt mit der Kommunikation gegenüber den Teams insbesondere wenn ich halt Sachen habe die ja mehrere Teams betreffen die Antwort ist das willst du vermeiden das heißt das Optimum ist dass du halt ein Team hast mit einem Product Owner der das Team steuert und die sind halt genau in ihren Komponenten wenn du das nicht schaffst gibt es zwei Möglichkeiten die eine Möglichkeit ist dass es ein bisschen das was Converse Law impliziert dann habe ich halt einen Schnittstellen zwischen Teams das heißt ich sage halt jetzt ich will etwas ändern dazu muss ich halt jetzt vielleicht mit dem ich will halt mit meinem Katalog was ändern das ist ja nicht auszuschließen dann muss ich halt mit den Order-Leuten reden und das halt irgendwie lösen die andere Möglichkeit ist dass ich sage warum machen wir das überhaupt wir machen das weil wir schneller deployen können Komponenten deployen können man kann das kombinieren mit Collective Code Leadership dass man sagt das Team was dieses Feature implementiert darf auch andere Sachen anfassen und wieder halt ändern das sind die beiden alternativen Lösungen die sind beide nicht so toll kann man sich vorstellen das eine bedeutet Kommunikation das andere bedeutet dass die Leute in den Teams verschiedene Komplänen kennen müssen das bedeutet dass halt um das richtig hinzubekommen die Architektur halt relativ sauber sein muss und fachlich sauber sein muss das ist eigentlich sozusagen die gesamte Radio Position das heißt wenn ich das hinbekomme und wenn ich ein PO habe mit einem Team mit einem Team mit einem Fachlich Features innerhalb des Teams implementiert dann habe ich gewonnen sonst muss ich mir eben einfallen dass ich kommuniziere aber das ist nur in Anführungsstrichen etwas was ich bei Scrum sonst auch hätte in dieser Weise oder bei anderen agierenden Modellen wo ich irgendwie mehrere Teams das spricht aber nicht zugegeben wenn man mehrere Module in einem Team hat oder? nein weil das ist die Realität wahrscheinlich noch mehr ja also das was ich halt erzählt habe ist halt irgendwie natürlich vereinfacht und man würde natürlich dann dazu kommen dass du halt nach dem Katalog wäre im Order-Prozess wahrscheinlich mehrere Microservices hast du halt miteinander gehen einfach wegen dem Modellen ja und ich verkleinere ich mal jetzt hier wenn ich jetzt nur in einem Java-Fall-Deploy wie skaliere ich denn zwischen den Microsoft-Roy das ist die Klasse die Frage also die Frage ist wie skaliere ich habe wenn ich nur einen Java-Fall-Deploy auch da wieder also ich habe mich sozusagen erwischt das ist eine vereinfachte Darstellung natürlich würde ich das dann so machen dass ich eben mehrere Instanzen hochfahren kann die Parallel betreiben kann dass ich dann eben das hinterher ein Look-Balancer verberge das heißt du willst nicht verlangen dass du mal Service-Stateless sind oder mindestens nur Session-State haben und der Look-Balancer noch zu verhören genau also du willst horizontal skalieren typischerweise das bedeutet genau das was du sagst also eben Stateless und diese ganzen Geschichten von daher das ist letztendlich zumindest für die Skalierung eine Voraussetzung aber das ist das musst du ja eh nicht also wenn du horizontal skalieren willst musst du das ja nicht tun aber ich denke es ist natürlich auch ein elegantes Cluster-System und hast auch das können wieder benutzen also Wild-Gain oder so was ich würde sagen Shared-State ist aber also ja du könntest halt so benutzen die halt irgendwie im Cluster dann die Daten duplizieren aber du wirst dann de facto trotzdem gebrochen und das Problem wie gesagt das Problem machst du immer also das hättest du halt auch mit also es gibt wenn wir gerade bei den Kindern sind es gibt eine Argumentation dass man halt sagt naja Microservices haben den Vorteil dass sie individuell skalierbar sind ich kaufe das nur sehr also ich finde das ist schon irgendwie ein Vorteil aber ich glaube das ist nicht der essentielle Vorteil also der Vorteil den du halt hast ist ich kann eine Funktionalität in einem Microservices skalieren und ich muss sie in einem Monolith in einem Microservices skalieren und das ist halt in Bezug auf Hardwareverbrauch und solche Geschichten halt vielleicht ein bisschen nübscher ich finde es nicht so zwingend also es ist glaube ich schon so dass es einen Vorteil gibt ich würde jetzt nicht aus dem Grund üblicherweise Microservices ich bin da schwer die halt alle Services zum Beispiel Security wie Single Sign-Orden gemeinsame Benutzerdaten oder SSH können ich eingeben als Admin aber ich will ja vielleicht die ganzen Admins zentral verwalten die Frage ist ja wie gehe ich mit solchen zentralen Sachen und insbesondere Security ist ein Thema ich muss kurz noch sozusagen Seitennotiz das was ich mit SSH gezeigt habe für einen wirklich automatisierten Betrieb ist das natürlich nicht die Lösung da würde ich halt mit diesem JSON-Dokument irgendwas bauen unter ein System bauen was mir dort irgendwie die Informationen rausholt das SSH ist glaube ich für konkrete Produktionssysteme nicht so das Wesentliche Querschnittsthema und das ist genau das Problem sind eben ein Problem ich hab's ja gesagt und ich hab's gesagt ich habe eine Codeabhängigkeit auf alle Systeme und wir nehmen jetzt zum Beispiel Windows mit Security und das ist eben eine Codeabhängigkeit die ich halt in einem System drin haben werde ich hab ein Problem wenn ich halt die Library Update und das eben inkompetent macht muss ich halt das komplette System neu machen ist irgendwie doof so und das ist eben auch genau eine der Herausforderungen an der Stelle das bedeutet das ist so eine interessante Nebenmerkung wir haben uns jetzt gerade 180 Grad gedreht in den 90ern haben wir weiß ich nicht gesagt dass halt Wiederverwendung von Code eigentlich eine gute Idee ist jetzt sind wir halt so weit dass wir sagen Wiederverwendung von Code auf der Code-Ebene ist eine doofie Idee weil uns das Release-mäßig in der Microsoft-Architektur stark aneinander bringt eine Möglichkeit damit umzugehen ist dass ich halt sage ich hab ein Proxy vor der ganzen Geschichte der halt die Security-Sachen komplett übernimmt also nicht nur SSL-Terminierung macht sondern halt auch schaut ob halt die Zugriffe auf bestimmte URLs erlaubt sind oder nicht das kann er ja im Prinzip tun oder kann er halt über einen HTTP-Header zum Beispiel sehen wer ist der Benutzer es kann eine Tabelle geben wo er drinsteht welche URLs wer benutzen darf und kann man es halt darüber lösen das ist eine Möglichkeit oder ansonsten eben versuchen mit abwärtskompetiblem System und so etwas dort mitzugehen aber genau dieses Feld ist eben eine Herausforderung genau das ist eine der wesentlichen Herausforderungen die will eigentlich keine Code-Difference ein interessanter Aspekt war im Prinzip dass die Services auch eigene GUIs mitbringen meine Frage die ich da mir stelle wie kriegt man Sinn dass die User Experience am Ende quasi konsistent ist und dieselben Widgets dieselbe CI verwendet wird also die Frage ist wie kriege ich es hin wenn die Microsoft-Services selber eine GUI haben dass die User Experience identisch ist eine mögliche Antwort ist ich externalisiere diese Dinge auf einen Asset Server und sage da steht eben das Zeug und da musst du euch alle halten das war ein bisschen nur eine technische Lösung darüber kann ich das dann auch entforcen die andere Sache ist in der Realität werde ich das typischerweise so lösen für mich immer das typische Beispiel ist die Amazon Homepage ich leere irgendwie auf Amazon und dann sagt er mir die letzten Sachen die du angeguckt hast sind die und steht halt da drunter und ich empfehle dir dieses Zeug das sind mindestens zwei Microservices wie kriege ich das hin das mache ich halt indem ich sage ich habe vorne architektuell eine Schicht die halt Ui-Dement verschiedener Microservices integriert das heißt also ich sage da ist ein Microservice der macht die Recommendations der zeigt sie mir halt an der braucht mir eine HTML-Schnitt zusammen für irgendwie diesen Teil und dann habe ich einen anderen Microservice der braucht mir eine HTML-Schnitt zusammen und der zeigt mir den anderen Teil an und das kann ich dann lösen zum Beispiel durch sowas wie Edge Site Includes wo ich eben so sage ich habe eben diese Homepage und ich integriere dann bestimmte Sachen dort rein ich habe vorne einen Server eben dann diese Sachen nachlädt und darüber könnte ich auch sowas wie User Experience und Assets Server sozusagen reinmischen oder es gibt andere Ansätze ich kann sowas eh nicht mit JavaScript machen das ist zum Beispiel das was Facebook eben an der Stelle tut die Benutzer zu der JavaScript gut wir sind noch ein bisschen unklar was Spring Boot macht man hat jetzt hier von vielen Komponenten gesprochen Spring Boot hat auch nur eine Chart die wir laufen lassen widerspricht irgendwie die Komponente oder ist jetzt Spring Boot die einzelne Komponente die jetzt starte in dem Sinne dann würde halt also die Frage ist halt wie Spring Boot da rein spielt und was mit der Komponenten betrifft wird ist diese Komponenten die ich jetzt habe also in meinem blöden PowerPoint Diagramm habe ich ja sowas wie Order Catalog und so weiter jedes von diesen Dingern könnte zum Beispiel ein oder mehr Spring Boot Anwendungen sein die ich halt als Java als die Freude das ist eigentlich die Idee und jetzt ist halt die Frage warum ist Spring Boot eine geeignete Technologie weil ich damit eben ein Java Deployment habe dadurch dass die Programmen deutlich vereinfacht das ist eigentlich so der Hauptplan ich will glaube ich persönlich würde nicht für jeden von diesen Services ein Tomcat installieren wollen und ich habe mit der Tomcat Installation der Installation der Anwendung und diesen ganzen Namen beschäftigt sondern wenn ich als Spring Boot benutze bekomme ich einen Java File raus und auch einen standardisierten Konfigurations Mechanismus dadurch dass Spring Boot alle jeweils so ein Application und Properties mit sich bringt und ich dort eben meine Einträge machen kann des Weiteren ist es so wenn ich jetzt dieses System tatsächlich aufbaue muss ich einheitliche das ist eine wesentliche Voraussetzung muss einheitliche Betriebssachen haben und da bringt Spring Boot halt was mit da sagen die halt naja ich habe halt diese JSON-Files ich habe eine Metrics-Integration und so weiter und so weiter das heißt also diese einheitliche Betriebssicht bekomme ich halt hin also wenn jeder einzelne Service leicht unterschiedlich sagt ja ich bin da und ich arbeite oder hier sind meine Metriken dann wird das halt ein totaler Albtraum und das kann ich halt dadurch reduzieren es gibt andere Stacks die ähnliches tun also es gibt zum Beispiel von Netflix sowas ich hatte auch von sowas wie Dropwizard schon genannt weil das ist eigentlich das was ich will ich will eigentlich Komponenten die sich halt mit Zug auf Betrieb einheitlich verhalten einheitlich deployed werden einfach deployed werden einfach und möglicherweise ich was nicht tue explodiert mir da auch für die Infrastruktur und das kann ich mir da nicht lassen was noch hinzu kommt aber das ist eine neuere Entwicklung die Spring Leute haben halt auf Basis von Spring Boot ein System ein Set von Libraries gebaut am Spring Cloud das ist so ein vielgeleiteter Begriff in meinen Augen da ist eine ganze Menge drin an Zeug für Microservices also ein Problem was ich zum Beispiel habe ist wenn ich mit einem Microservice rede habe ich halt das Netzwerk dazwischen und ein anderer Microservice kann wegen Netzwerk oder wegen anderen Gründen zugreifbar sein da sind Spring Cloud Integrationen drin für eine Library die genau diese Probleme dann löst also eben sagt naja wenn das halt passiert dann habe ich halt die vor so Möglichkeit mit umzugehen das ist Hystrix von Netflix verteiltes Konfigurationsmanagement ich kann zentral Konfiguration ändern in vielen Spring Boot Systemen wenn ich jetzt irgendwie sagen würde ich will halt in was sind die so und so vielen Servern den Locklear Boot drehen wenn ich das manuell mache werde ich halt blöd dabei das heißt ich brauche auch solche Systeme und das sind eben auch Sachen wo die auch gerade dabei sind entsprechende Sachen aufzubauen das heißt das orchestrieren von diesem Spring Boot Jars Container oder Komponenten wird dann über die Spring Cloud gemacht im Wesentlichen ja genau und auch das dann das Routing das einheitliche Routing das was dann vom Unternehmen kommt zum Beispiel wird dann verteilt einheitliches Routing kann man dort auch ein Namenssystem es gibt einen Übersichtsartikel von mir bei Jaxenter da stehen noch ein paar Sachen dazu drin ich schreibe auch gerade da dran fürs Java Magazin wird es dann noch tiefer gehend sein aber so ungefähr ist das und das ist eben auch so eine Geschichte das ist eine von dem das ich halt bei Spring eben gut finde das ist eben nicht nur ein einfach JavaE-Earsatz sondern es bleibt relevant also es ist eben eine Lösung die jetzt in diesem Microsoft Bereich glaube ich auch interessant wird gut ich glaube wir sind jetzt so weit ein bisschen durch, das hast du noch gebraucht. Ja, vielen Dank nochmal. Beste Steilvorlage für noch ein bisschen Werbung für andere Vorträge in näherer Zeit. Nächste Woche gibt es nämlich beim Search Meetup drei Vorträge über den Outstack, auch einer von Andi, der da hinten sitzt, über die BANA 4, das was ihr hier gesehen habt, war von BANA 3. Und im Mai gibt es noch einen Vortrag von Manuel über Spring Boot, der da sitzt und wer da mehr wissen will, ist sicher auch da gut aufgehoben. Und ich weiß nicht, ob du darüber weißt, seit heute gibt es auch ein Docker Meetup in Karlsruhe. Okay, es gibt ein Docker Meetup in Karlsruhe, wer sich mehr damit beschäftigen will. Und wer das Buch gewinnt, hat sogar Glück. Also ich habe reingeguckt, war sehr interessant. Du darfst einen oder sonst halte ich und du ziehst. Max. Der Max. Ich habe mich schiebt. Der Max. Ich weiß nicht, dass wir das nicht haben. Also vielen Dank nochmal. Es gibt uns jetzt Getränke und Pizza noch draußen. Noch ein Werbeblock. Sowohl die Maintainer von der momentane Maintainer von Drop Wizard und auch der Entwickler von Spring Data JPA haben früher bei Zynix gearbeitet. Coole Firma. Vielen Dank fürs Ausrichten. Applaus Applaus Vielen Dank.